Manchmal muss es eben schnell gehen. Wie du trotzdem eine aufsehenerregende Nellart zauberst, zeige ich dir jetzt. Bereite zuerst den Nagel vor. Schiebe dazu die Nagelhaut vorsichtig zurück und mattiere den Nagel. Entferne dann den Pfeilstaub und streiche eine dünne Schicht Gundier Gel Ultra Bond aus der Yolifin Laveni Serie auf. Dieses lässt du 60 Sekunden im Dual-UVA-LED-Lichthärtungsgerät Premium aushärten. Jetzt modellierst du deinen Aufbau mit dem Fiberglas-Gel klar. Nachdem auch dieses ausgehärtet wurde, entfernst du die Schwitzschicht mit Cleaner und feilst den Aufbau in Form. Die groben Pfeilspuren glättest du danach mit einer Buffer-Pfeile. Nun bürstest du den Pfeilstaub wieder ab und trägst das Yolifin Farbgel Supershine Pink als Fullcover auf. Lass nochmal aushärten und entferne die Schwitzschicht. Mattiere den Nagel dann ganz vorsichtig mit der Buffer-Pfeile und bürste den Staub wieder ab. Jetzt positionierst du ein Strass-Sticker auf dem Nagel. Die überstehenden Kanten schneidest du einfach mit einer Schere ab. Trage nun noch das Versiegelungsgel mit UV-Schutz auf und lasse wieder aushärten. Zum Schluss entfernst du die Schwitzschicht mit dem Yolifin Lavini Glossy Cleaner. Sieht das nicht toll aus? Und dabei ist es auch noch ganz einfach. Viel Spaß beim Ausprobieren! Deine Vicky Pretty Nail Shop – Jedes Mal ein Päckchen Glück!